Naja, jetzt hoffe ich nur, dass ich ein Halsgetränk hier in der Kiste habe, sonst kann ich dem direkt wieder rausgehen. Gucken. Äh, okay, falsche Kiste. Nein, natürlich nicht. Okay, Fackel. Flop. Ach komm, Fackel brauchen wir nicht. Komm, komm, komm. Und ja, ich friere, das ist natürlich super. Ach stimmt, das Gefriere beeinflusst ja nur die Ausdauer. Und nicht meinen Lebenspunkten. Dann ist das ja ganz praktisch. Genau, Cha-Cha. Sammel schön ein. Honig, Honig, Honig. So, wo gehen wir dann hin? Da gehen wir mal, Gebiet 2. Ich glaube, in Gebiet 2 war nix, aber sicher ist sicher. Doch, klar, Buggies. Kleine. Hey, Moment, die könntest du direkt mal ein bisschen töten und dann häuten. Achso, ich dachte, der wäre jetzt schon direkt kaputt. Oh, danke, dass du mich unterbrochen hast. So, dann komm. Stirb. Die sind was sammeln. Perfekt. Ist hier sonst noch irgendwas? Moment. Oder kommen die von hier aus raus? Gucken. Ja, von hier aus kommen die. Dann gehen wir mal ein Gebiet. 3, glaube ich, war nix mehr großartig. Geben wir mal ein Gebiet. 4 und 7 müssten Erze sein. Die ich unbedingt brauche für irgendeine Rüstung. Ne, für irgendeine Waffe, glaube ich sogar. Stimmt, ich meine, es müsste eine Waffe sein. Boah, diesmal ist alles sogar viel heller als damals. Ja, ist hier was? Ist hier was? Da hinten sehe ich was. Oh, da sehe ich auch was. Nein, nein, ich kriege es nicht. So. Oh, Blutstein. Brauchen wir zwar eigentlich für eine andere Quest, aber es ist schön, dass wir die auch schon aufsammeln können. Oh, ich will... Wie heißt das? Das ist Erds-Isilium. Ich glaube, das brauche ich noch. Drei Stück. Damit ich einen von den drei Doppelklingen aufwerten kann. Was will ich denn mit Erdgriffe teilen? Blutstein. Danke. Blutstein. Schon wieder. Buggies, Buggies, Buggies. Kann ich hier sonst was einsammeln? Oh, hier kann ich was einsammeln. Dafür kriege ich die aber erst mal. Wenn ich die treffen würde. Genau, greif Scha-Ca. So. Noch einer weniger. Oh, der hat es jetzt erst gemerkt. Und trifft mich noch nicht mal. Okay, das ist natürlich ein ganz toller Bino. So, jetzt sterben. Jetzt habe ich ihn nicht hingewuckt. Was habe ich eingesammelt? Buggieschuppe, okay. So, sonst noch irgendwo was. Ich will kein Blutstein. Ich will Isilium. Oh, Sonnenspezifil. Naja, ist auch was. Mal gucken, ob es im Gebiet 6 was gab. Na komm. Außer noch mehr Buggies. Genau dich will ich. Na komm. Genau, Cha-Cha. Greif's so schön an. So. Jetzt schnell mal. Ich meine, hier müsste auch ein Erz sein. Genau, Cha-Cha. Mach dir mal herzig. Schaffst du schon. Genau, klettern wir hoch. Um sicher zu gehen. Oder konnte man hier nur Knochen sammeln? Nö, keine Knochen. Nur Früchte. Ja, nur Früchte. Okay, dann hier doch kein Erz. Ah, Moment. Da kommt auch was aus dem Boden raus. Da kommt auch was raus. Das sehe ich doch. Nein. Er kommt zu mir und denkt sich dann, nee, lieber doch das kleine Vieh anreißen. Also, ich finde ja super toll, dass ihr mich treffen könnt. Na komm. Weil du so doof bist, bleibst du mal am Leben. Ah, GG-Nest. Hier will ich nix. Hier will ich nix. Ist hier was? Nöp. Ah, na komm. Da muss ich halt normal gehen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Hier muss... Ja, okay. Da sehe ich eins und da sehe ich noch eins. Da ist Knochen. Ah, ne. Da sind wir zu viele Dinge. Viechern. Ich kann nicht mehr laufen. Und, verfolgen die mich? Joa, ganz weit hin. Komm. Isilium. Nein, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Ist ja nicht so, als ob ich da schon 50 Stück oder so von hätte. ein Stein. Endlich. Ach, Isilium. Okay. Stein. Erdkristall. Mhm. Mhm. Ich bräuchte noch zwei von den Isilium. Blutstein. Okay. Und eins. Und eins bräuchte ich eigentlich noch. Egal. Mal gucken. Muss ich hier hingehen? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, schon wieder hier. Nein, hier wollte ich doch gar nicht. Oh, hier ist der Weg zu lang. Okay, ich habe mich vertan. Ich muss hier hin und dann rechts und dann runter. Irgendwie so. Oh. Okay. Hey, Moment. Hier ist ein Eingang. Oh, wo ist Google Plus? Oh, das ist toll. Nein, kriege mich nicht. Okay. Sag mal, sehe ich das wirklich richtig? Oh. Okay. Das ist von Gebiet 1. Ich habe falsch geguckt. Okay. Na, kommt. Vielleicht kommt ja noch ein Erz. Nein, klar. Will ich nicht. So war hier zufällig noch ein Erz. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nur ein Schatscher. Ach, verdammt. Da muss ich das auch alles offscreen machen. Hey, aber ich könnte mal ein bisschen Schmetterling fangen. Weiß ja nie, wofür man die braucht. Ja, ist voll. Ja, ist voll. Leider nicht komplett alle Isitium gesammelt, die wir brauchen. Aber naja. Vielleicht kriegen wir ja noch was am Ende für das Erfüllen der Quest. So. Oh, Kontoobjekte. Und super, ich dachte, ich durfte die behalten. Na, klasse. wie ausdauer tut das nicht voll machen schlecht und war ja klar dass wir da nichts kriegen großfleisch großfleisch wurm 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 es wäre natürlich voll wenn ich toll wenn ich eine feuerwaffe mal langsam machen könnte für diesen bereich weil ich glaube in der wasserwaffe komme ich nicht weit in der eiswelt tja tja umdrehen jäger umdrehen moment hat er nein erdkristall naja fast stufe ist auf gestiegen ist gestiegen drachenangriff okay das gut so mal gucken verbessern bisschen umorten so doppelbeile plus genau das kann ich komplett machen mit erz ich will aber eigentlich insekten schneider haben oh monster knochen plus habe ich eins gesammelt oder dann könnte die anderen sachen mal fahren panzer magen monster fluid das krieg ich schön was haben die ein schön element haben die drache oh ja die haben drache das ist doch ganz praktisch ich will hier raus anführer schottel zwillings akkus da mache ich die hier definitiv königs rusch ich glaube das von groß buggy was brauchst du meine duram was steht da duram irgendwas blutflügel eigentlich will schon blutrot plus machen okay 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 ach erstmal alles ausleeren so weg 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 so dann wollte ich mal sagen machen wir auch direkt das erste monster in der tundra ist nur die frage welches also jägertöter barot und ein großjahr wie ich glaube das mal erst mal später er jage ein lagom groß buggy das ist nix das auch nicht groß buggy oder lagom wie schatz lagom wie also den hasen okay okay dann machen wir zuerst den hasen unterstützung jäger dann machen wir den mal den konnte man ja auch in der demo spielen gegen den deswegen denke ich mal nicht dass ich jetzt plus zwei was ist wenn man plus zwei gesundheit plus 30 perfekt so der ist eis so nennen wir auch eisbrecher und was das hilft einer waffe scharf zu bleiben wenn deine angriffe abgelenkt werden ja noch besser okay alles was wir brauchen für die kälte sagst du so viel schweiß kriegen wir bei der quest automatisch heiß getränke in der truhe aber ich kaufe mal lieber ein paar mehr ich kaufe mal lieber was zwar wo ich mal heiß getränke drei stück weil ich meine nämlich da wären zwei drin so cha cha dann komm feuerwaffe habe ich keine ja da muss halt einfach mit wasser element wenigstens ein bisschen element so mal gucken ach falsch heiß getränk da ja heiß getränkt sind sogar zwei da genau so nicht verfahrtball mit ich darf man mit blitzbombe ration gesundheit karte mal vorsichtshalber so einmal zweimal so erstmals simple blitzbombe mitnehmen so und ich glaube in gebiet zwei müsste sein wenn es so ist wie in der demo ach ich bin auch so dumm ich müsste natürlich auch ein heiß getränk ne bevor ich hier reinlaube ach ja okay das sei ich dumm